das spricht natürlich bände das es geht doch meine herren es geht doch könnt ihr schon mal ganz kurz zu spiel so macht man das entschuldigung aber so macht man das ok los geht's halt kommt noch die auto world kostet glaube ich 59 euro oder so was alle die sacrifice da ist man weiß ja das ist die saugeile das die ultra geile waffe ok pass auf ich mache es auch auf das ist die mit dem bitte flammen drauf oder das ist die mit den flammen drauf ja man kann ja nicht großartig pech haben der welt ist ja egal solange es cool ist die 1 6er elite sind am start alter